K-A-O-S! K-A-O-S! Was ist das Lieblingsinstrument der Wölfe? Der Rudelsack. Wir schwören auf die große Pause. Wir sind die Chaos-Familie. Drei Freunde. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, hallo. Auf euch haben wir uns gefreut. Ich bin Johnny. Ich bin Zappa. Ich bin Bogen. Sie sind nicht allein. Zusammen blinken wir jeden. Chaos-Family. Ich bin Johnny. Ich spiel die Tau. Ich bin froh. Ich spiele was. Ich bin Zappa. Und ich spiele Schlafzeug. Und zusammen sind wir echt krass. Chaos-Family. Chaos-Family. Na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Was ist das Lieblingsinstrument der Hundebesitzer? Der Pudelsack. Wenn du dich erfolgreich um deine Hausaufgaben findest und du später auf der Straße 100 Euro findest, wenn du mit dem Kioskbesitzer freundlich schlagst, heute keine süße Tüte, heute einen süßen Sack. Wenn die Leute auf der Straße zu dir rüberschauen und sich denken, wann ist der denn schon wieder gut gelaun? Wenn du mit Rückenwind durch dein Viertel fliegst und es keine Probleme in der Schule gibt. Heute ist ein richtig guter Tag. Mir scheint die Sonne aus dem Aar. Wenn du im Sommerregen auf der Schaukel schwingst oder wie verrückt auf deinem Bettrum springst, wenn Mama dir beim Einkaufen zwei Hefte schenkt, wenn du heimlich Papas Auto lenkst, wenn du morgens aufwachst und alles ist gut, wenn du mittags denkst, wo ist mein Sonnenhut? Wenn du abends sogar Pilze magst, dann kannst du sagen, das war ein guter Tag. Heute ist ein richtig guter Tag. Mir scheint die Sonne aus dem Aar. Heute ist ein richtig guter Tag. Mir scheint die Sonne aus dem Aar. B, C, C, B, C. Wir schwören auf die große Pause. Wir sind die Chaos-Familie. Drei Freunde... Hey, ich bin Zopper. Ich bin die Schlagzeugerin von der Chaos-Family. Was ist das Lieblingsinstrument der Wehrwölfe? Die Mondharmonika. Hallo, schön, dass ihr da seid. Auf dich und dich und dich und dich haben wir uns gefeuert. Hey Leute, ich bin's, Jonny von der Chaos-Family. Unsere neue und erste Single Keine Lust auf Schule kommt pünktlich zum Start der Sommerferien am 1.7. Gibt's dann überall und mit Video auf YouTube. Keine Lust auf Schule Keine Lust auf Schule Keine Lust auf Schule Heute hoffe ich mal Keine Lust auf Schule Warum Summenbienen? Weil sie den Text vom Lied nicht kennen. Ha 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 Im Sommerregen auf der Schaukel Schwimm im Sommerregen auf der Schaukel Wenn du heimlich Papas Auto mengst Wenn du heim, wenn du mittags denkst Wo ist mein Sonnenhut Wir schwören auf die große Pause Wir sind die Chaos-Familie Drei Freunde Was ist das Lieblingsinstrument der Wölfe? Der Rudelsack Ha 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 Chaos-Family Ich bin Jonny, ich spiel Guitar Ich bin Rob, ich spiel ein Band Ich bin Zapper und ich spiel ein Schlagzeug Und zusammen sind wir echt krass Chaos-Family, Chaos-Family Na naS Na 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 Was ist das Lieblingsinstrument Der Hundebesitzer Der Pudelsack Ha 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 Chaos-Family Ich bin Jody, ich spiel ein Bluesack Ich bin froh, ich spiele Band. Ich bin Zapper und ich spiele Schlagzeug. Und zusammen sind wir echt krass. Chaos, family, chaos, family, chaos. Na, 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 na. Warum Summenbienen? Weil sie den Text vom Lied nicht kennen. Ha, 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 ha. K.A.U.E.